Sie hat, glaube ich, noch nie ein Placement angenommen, wo ich irgendwas hier bewerben sollte oder irgendwas vorstellen sollte in meinem Video. Also diesen Stuhl habe ich damals gefühlt geschenkt bekommen von Nitro Concepts. Sie haben gesagt, mach ein Instagram-Story, da bekommst du das. Und ansonsten hatte ich mal hier so einen Desktop-Organizer. So einen hier hatte ich bekommen, da kannst du halt hier den Ramschkram reinmachen. Da habe ich mal ein kurzes, da habe ich mal eine Roomtour gemacht, da habe ich das mal kurz vorgestellt. Und dieser Ultradesk, dieser Schreibtisch da hinten, da habe ich auch mal eine kurze Videosequenz eingeplettet und dann war es. Das war es dann halt auch einfach. Also ich habe bisher noch nie ein Placement angenommen für, eigentlich auch noch nie ein Placement angenommen für gutes Geld. Ich habe es ja immer für Gegenstände sozusagen ein Placement angenommen. Ich habe, glaube ich, noch nie Geld, doch, ich habe mal Geld bekommen, weil ich, ähm, warte, was, was geht, dieses, diese Gewinnspiel-Sachen. Also da konnte man sich anmelden, dann konnte man halt ein PC gewinnen und so. Da hatte ich mal zwei Monate oder drei Monate lang so diese Gewinnspiele mit beworben. Da habe ich im Monat so und so viel Geld bekommen, da war ich auch sehr zufrieden. Das war eine coole Sache. Wie viel denkst du hat unsympathisch TV bekommen? Ähm, unsympathisch TV, der macht im Videodurchschnitt über eine Million Aufrufe. Der bekommt dafür locker seine, ja, kann es nicht mehr sagen. Also wenn es jetzt nach Download-Zahlen geht, wird er extrem hohe Summen natürlich auch bekommen. Aber wenn er jetzt eine feste Summe hat, sind das 40.000 bis 60.000 Euro mindestens. Ciao. Ihr könnt mal das neue Video von Lou angucken. Ich habe das gerade beim Kochen angeguckt. Geht so ein bisschen um das Thema Influencer. Aber im Groben vielmehr um das Thema, was für eine Situation das gerade ist bezüglich Corona. Was man eigentlich daraus mitnehmen kann. Beziehungsweise wie man diese Situation als Wendepunkt betrachten kann. Weil ja gerade vieles aufgebrochen wird in unserer Gesellschaft quasi. Ist halt die Frage, wie lange jetzt diese Situation noch anhält. Aber wenn die Situation wirklich noch eine Weile anhält, hapert ja das Wirtschaftssystem. Was ja so oder so früher oder später hapert und nicht unendlich weiterlaufen kann. Aber ich will es nicht zu sehr ins Detail gehen. Es geht grundsätzlich darum. Aber wie redet denn der? Hat er irgendeinen? Was ist das? Lutscht der hier an irgendwas? Was macht denn der hier? Der redet ganz, ganz schwierig. Und was könnte aus dieser Situation hervorheben? Nee, der frisst schon wieder. Aber was ich gerade sagen wollte, ein viel Oberflasemens. Der lädt ein Video hoch, wo er frisst und über Placements redet. Würde mich jetzt gerade komplett haupts nehmen. Der frisst gerade einfach und lädt das auf seinen Hauptkanal hoch. Alter, ich mache demnächst auch mal einfach ein Video, wo ich einfach nur fresse. Einfach noch so dabei so ein bisschen reden. Aber hauptsache erst mal fressen. Will mich doch verarschen, oder? Aber das sind so die Menschen, da schwillt mir der Hahnkamp. Das Video ist irgendwie auch wie eine Erklärung dafür, warum ich, ich bin jetzt zehn Jahre in der Öffentlichkeit, warum ich noch nie ein Placement gemacht habe. Beziehungsweise warum ich in meiner gesamten Laufbahn zwei Placements gemacht habe, oder drei, in zehn Jahren. Und ihr könnt euch vor allem bei der Größe, die ich 2014 hatte, vorstellen, wie viele Anfragen ich bekommen habe. Aber das geht auch, das geht auch sehr gut aus dem Video hervor. Und ich würde so gerne Placements machen, ich schwör's euch. Ich würde so gerne... Ich muss auch sagen, was für mich auch ein Problem ist, bei den Placements. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich ein Placement mache. Ein schlechtes Gewissen. Und ich bin auch einfach, was die Placements angeht, ich bin ein faules Stück Scheiße. Wirklich. Also bei Placements muss ich sagen, denke ich mir jedes Mal, sollte ich mal eins annehmen, denke ich mir jedes Mal, ja, welches Video baue ich ein und kein Bock drauf und dann schiebst du das immer vor dich hin. Dann irgendwann machst du das Placement, dann bist du halt nicht zufrieden mit dem Video, weil einfach das Placement stört. Es ist halt wirklich so. Und deswegen habe ich auch bisher so selten Placements angenommen, wo ich sagen kann, die konnte ich wenigstens in mein Video mit einbauen. Ja, wie gesagt, der Rest ist halt einfach... Das ist halt scheiße. So eine App vorzustellen, so eine Handy-App, das ist halt einfach... Das ist einfach kacke. Das macht keinen Spaß, das vorzustellen. Außer du kannst dich da wirklich kreativ ausleben, aber die meisten, die verlangen, dass man den und den Text sagt. Und ich will hier nicht auf Krampf irgendeinen Text sagen, wo ich gar keine Ahnung von habe. Ganz schwierig. Geile Placements machen, aber die Angebote, die ich bisher bekommen habe, waren immer irgendwelche Sachen, die entweder von vornherein Produkte waren, wo ich mir so dachte, das bringt niemandem was. Ich habe überhaupt keinen Bock, das zu bewerben, weil ich einfach finde, dass das Bullshit ist. Und selbst wenn es dann Sachen waren, die ganz cool waren oder so, war es trotzdem immer was, wo ich mir dachte, würde ich da kein Geld für bekommen, hätte ich das niemals jemandem empfohlen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich will halt, wenn ich etwas empfehle und dafür Geld bekomme, dann soll das was sein, was ich auch so empfehlen würde. Oder dann zumindest, das finde ich bei Gaming-Placements gut, wenn ich einfach Geld dafür kriegen würde, ein Spiel zu testen, um meine ehrliche Meinung zu sagen. Es ist ja so normal, dass so gerade in der Beauty-Welt, ich will es gar nicht pauschalisieren oder so, aber es ist ja so normal, dass Influencer so ihre Produkte... Ja, aber guck mal, das würde doch niemand machen, oder? Also ein Spiel zu testen. Jetzt mal ganz ehrlich, du bekommst Geld dafür, um ein Spiel zu testen. Das wird niemand machen. Die wollen doch auch ihr Profit draus ziehen. Stell dir jetzt mal vor, du bekommst jetzt in seiner Größe, ne, bekommt er 20.000 Euro für das Placement. Oder lass es 10.000 Euro sein, ne, für die Größe oder als er halt mal extrem gute Reichweite hatte. Bekommt er 10.000 Euro oder 20.000 Euro für ein Placement und sagt, ja, hier, teste mal das Spiel. Und dann sagt er in diesem Spiel, also das Spiel, das ist einfach nur Dreck, gefällt mir gar nicht, ladet es euch nicht runter. Da hat die Firma ja eher noch in Schaden davon bekommen und hat ihm einfach 20.000 Euro gegeben. Das wäre ja Quatsch. Die wollen natürlich auch irgendwo Nutzen haben, deswegen sagen die auch ganz genau, ähm, probiert das, testet das und so weiter, aber hebt das und das hervor und, ähm, du willst ja auch sozusagen diese Firma, diese App zufriedenstellen, damit du dann halt auch später das Geld entgegennehmen kannst. So ein Ding ist das halt. Man macht halt alles heutzutage auch für Geld, das ist nun mal klar. Champagner-Rabella, schön, dass du da bist. Moin, ich weiß nicht, warum du, äh, warum, aber du bist der einzige Streamer bei, der bei mir immer laggt, wenn ich deine Streams schauen will, aber das bei niemand anderen. Warum? Hat Twitch was gegen mich? Bei Fix, ne, bei einem anderen Zuschauer, ist das genau das Gleiche. Warum? Beim, warum bei mir? Was habe ich falsch gemacht mit dem Leben? Ist das im Osten so, das, ist, sind Aussie-Streams generell immer so, so ganz schwierig? Das kotzt mich an. Okay, jetzt, jetzt war gerade wirklich kurz der Leck, ne? Ne, aber keine Ahnung, was da los ist. Das nervt mich. War gerade bei mir auch, ne, bei mir ging gerade eben das Internet kurz runter. Ich hab's gerade selber gesehen. Irgendjemand hat hier sich ein Porno runtergeladen oder so. Hast du dir was runtergeladen? Ich hab dich genau im Visier. Ja? Ja? Es kracht gleich. Gut. Vorstellen und dann so Sätze sagen wie, ich liebe das. Wisst ihr, was ich meine? Dieses totale Hochpreisen von irgendwelchen Sachen, wo man sich so denkt, yo, du preist gerade diese, was weiß ich, Body Lotion so an, als wäre es das Beste, was dir je passiert ist. Und machst das in zwei Wochen nochmal mit irgendeiner anderen Creme. Wenn ich ein Placement machen würde, dann wäre das von etwas, wo ich selbst, wenn ich da... Er hat einen Sub-Count von 479, ne? Er hat ja auch immer so 2000 Zuschauer. Oder 1000 Zuschauer. Leute, Geist ist krank, was bei mir abgeht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Ey, das ist wirklich ein Segen, euch zu haben, ne? Also wir sind jetzt nicht bei seiner Größe, ne? Also ich hatte auch mal einen Monat lang 590 Subs oder so 580 Subs. Da wären wir einfach über ihn gewesen. So, und er hat einfach das 100-fache teilweise von meinen Zuschauern. Aber what the fuck, Alter. Krass, Mann. Für kein Geld bekommen würde, sowieso Werbung für machen würde, weil ich es gut finde und Leuten empfehlen möchte. Und da ist halt immer das Problem, dass so Companies meistens dann so, also so Sachen, die ich gut finde und empfehlen möchte, so Companies sind, die irgendwie Dinge so... Aber es fühlt sich so trotzdem an, dass er hier irgendwas im Mund hat. Also irgendwas, entweder hat er hier eine Spritze reinbekommen, bei dem sieht es gar nicht gut aus, aber der kann gerade nur seinen Mund links hier öffnen. Kann auch sein, dass ich mich hier völlig täusche und nicht einfach nur eine geistige Behinderung habe, aber das gehe ich jetzt mal jetzt gerade zumindest nicht davon aus. Aber hier, das öffnet sich einfach nicht. Ich erwarte hier einen zweiten Mundwinkel, der sich auch öffnen kann. Danke für den Follow. Der hat sich auch nicht dazu oder so, Justin Grace. In case. So Companies sind oft klein oder halt einfach nicht mit dem größten Werbebudget unterwegs. Und dazu müsste ich dann auch noch das Glück haben, dass die ausgerechnet auf mich aufmerksam werden. Sowas kommt halt nicht zustande. Die meisten Placement-Anfragen sind halt, hey, willst du diese beschissene App, die keiner brauchen kann, vorstellen? Hey, willst du diese Pay-to-Win-Handy-App vorstellen, wo Leute einfach dieses süchtig machende Game spielen müssen die ganze Zeit und wenn sie Geld bezahlen, besser sind? Und ich wollte gerade sagen, ich will damit kein... Wer heutzutage noch Handy-Games zockt, wo es um heftige Sachen geht, Lost. Ich weiß nicht, ich finde Handy-Games, kannst du dein Handy überall mitnehmen und kannst auch spielen, aber ich finde einfach, Handy-Spiele, die werden nach 5 Minuten so scheiße langweilig, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe eine Handy-App drauf, die spiele ich noch nicht mal. Das war's. Ich hatte noch nie ein Spiel drauf, wo ich süchtig war. Ich hatte mal, nee, nicht mal Temple Run und Temple Run war ein geiles Spiel. Das einzige Spiel, was ich mal gespielt habe oder öfter gespielt habe, war wirklich Geometry Dash, weil das halt selber auch so eine kleine Challenge für ihn war. Spielst du Fortnite? Nimm mal, Alter. Fortnite, so ein Drecksspiel, wirklich auch so ein richtiger Holz. Keine Leute fronten, die das machen, aber irgendwie auch schon. Wenn ich mir so ein Video angucke und dann kommt so eine Raid Shadow Legends Werbung oder Coin Master, Coin Master war das Schlimmste, dann denke ich mir so, warum? Ich bin jetzt nicht so ein Hater dann, dass ich mich da so krank drüber aufrege, das Video wegklicke oder der Person nicht das Geld gönne, was sie dabei bekommt oder so. Ich freue mich ja auch, gerade wenn es Influencer sind, bei denen ich den Content normalerweise mag, freue ich mich natürlich, dass sie irgendwie einen Weg gefunden haben, sich zu finanzieren. Aber ich denke dann immer so, ich finde es krass, dass du dir nicht ehrenlos dabei vorkommst, sowas zu bewerben. Also ich weiß nicht, ob ich das einfach so ernster sehe, ob meine Toleranzgrenze da niedriger ist, aber manche Leute bewerben so Sachen, wo ich mir denke, ey, würde ich das machen? Ich könnte nicht schlafen, glaube ich. Also ich kann ja sowieso nicht schlafen. Er hat sich gerade selbst hops genommen. Für die Leute, die es nicht wissen, er hat immer mal Panikattacken. Er hatte vor kurzem erst wieder eine und deswegen, ja, sehr lustig auf jeden Fall da angehend. Ich glaube, man kann sich das immer relativ gut schönreden. Ja, ist ja nur ein Spiel, ist ja ein Handyspiel oder so. Aber will ich, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, damit meine ich jetzt nicht alles, was man tut und so und sagt, musst du einen riesen Mehrwert haben und Leute voranbringen und so. Überhaupt nicht. Handelst du nie und nimm auch. Ich spiele keinen Fortnite. Das ist mir ein bisschen too much. Auch was wert und gibt Leuten etwas und so, aber da geht es ja schon in die andere Richtung. Das ist ja nicht jemandem was mitgeben, sondern das ist ja Leuten etwas empfehlen, von denen du selbst weißt, es wird nur negativen Impact auf ihr Leben haben können. Oh ja, ein Handyspiel macht ja Spaß. Ja, okay. Aber musst du jetzt Leuten so ein Handyspiel empfehlen, was so auf Instant Gratification aufgebaut ist, die so dopaminsüchtig macht und einfach dann noch dafür sorgt, dass die so mit In-Game Purchases Geld... Purchases. Also ich muss jetzt erstmal sagen, ich verstehe es generell nicht, wie man jemanden überhaupt was abkaufen kann, der ein Placement macht und direkt schon beginnt. Ja, also ich habe das Spiel schon seit fünf Jahren auf meinem Handy. Das Spiel ist so geil. Also wirklich, ich bin gerade Level 10. Ich bin jetzt gerade in diesem Clan. Tretet mir dort bei. Das ist wirklich das Wildeste. Die Leute, die kann ich schon erstmal gar nicht ernst nehmen, die sowas sagen. Also sollte ich jemals sowas machen, dann ist es einfach dumm. So, muss ich jetzt mal sagen. Weil diejenigen, die dort irgendein Handyspiel bewerben oder so, die machen das wirklich nur wegen Geld und nicht, weil die das Spiel geil finden. Ich kenne wirklich niemanden. Also ich würde es bei Kuchenlefrau nur abkaufen, wenn er ein Placement machen würde für Hearthstone, glaube ich. Hearthstone zockt er sehr viel auf dem Handy. Da könnte ich ihnen das wirklich abkaufen, aber sonst könnte ich ihnen das nicht abkaufen. Also so Leuten Handy-Games zu empfehlen, weil man dafür Geld bekommt, ist für mich irgendwie vergleichbar. Und ich weiß, da werden sich wieder Leute aufregen und meinen, ich sehe das zu spitz, finde ich. Aber das ist für mich, als würdest du jemandem so irgendeine Droge empfehlen oder so. Was ich damit meine ist, du willst doch nicht Geld dafür bekommen, dass du deiner Zuschauerschaft, die in den meisten Fällen dann auch noch zu großen Teilen jung ist, Spiele oder so empfiehlst, von denen du weißt, dass sie süchtig machen und einem nicht wirklich viel mehr geben als oberflächliche Unterhaltung. Und oberflächliche Unterhaltung an sich ist fein, aber dann, ich sag's so, wenn du jetzt jemandem einfach ein Handy-Spiel empfehlen solltest, was Spaß macht, keine Ahnung, was dir einfach gefällt, dann kannst du das ja einfach machen. Aber komischerweise empfehlen ja alle immer nur diese Games, für die sie nämlich Geld in den Arsch geblasen bekommen. Ja, das ist ja klar. Und ganz zufälligerweise feiert auf einmal jeder YouTuber Raid Shadow Legends. Das feiert auf einmal jeder YouTuber. Das ist eigentlich, das ist so paradox. Bei denen es so ist, dass komischerweise die Companies an so ekelhaften In-Game-Purchases reich werden. Kein Plan. Also mir fehlen auch gerade die Worte, um richtig auszudrücken, was ich meine leider. Weil ich finde das komisch. Und ihr glaubt nicht, wie viel Geld mir schon durch die Lappen gegangen ist. Weil ich einfach Prinzipien habe, was diese Sache angeht. Ich finde halt Placements an sich überhaupt nicht schlimm. Bin ich aber halt, wirklich bin ich halt bei ihm. Wie gesagt, also die Placements, die ich angenommen habe, das war halt nix. Wirklich nicht, weil jemand, der viel Reichweite hat, hat viel Reichweite. Und wenn der, Warte, warte, was hat er gerade gesagt? Das ist überhaupt nicht schlimm, wirklich nicht. Weil jemand, der viel Reichweite hat, hat viel Reichweite. Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das? Lasst euch nochmal durch den Kopf gehen. wer viel Reichweite hat, der hat viel Reichweite. Das könnte auch von Albert Einstein kommen. Und wenn der Werbung für etwas macht, dann ist es sehr gerechtfertigt, dass er dafür entlohnt wird, weil eine Company auch übelst viel Geld dafür bezahlt. Das ist das Wort zum Ostermontag. Du hast recht. Schreibt es euch in euren Kalender ein. Das ist ganz wichtig. halt ein riesen Plakat in der Stadt aufzuhängen, weil sie da halt Werbung platzieren können. Und wenn die Leute dann Werbung auf der Plattform einer Person, die sich das aufgebaut hat, platzieren kann, dann sollen die auch bezahlen dafür. Aber ich finde es halt so krass, für was für Dinge sich die Leute entscheiden, Werbung zu machen? Basically nämlich einfach für die Dinge, die sie angeboten bekommen, schätze ich jetzt mal. Am Ende des Tages sind ja die Companies die ekelhaften Personen, die ein ekelhaftes, süchtig machendes Produkt oder was auch immer, irgendein Scamprodukt erschaffen. Zum Beispiel diese Kerzen, die es gab, wo irgendwie Schmuck drin war. Eine Kerze für 60 Euro und da kann bis zu 100 Euro wert Schmuck drin sein oder so. Das war dann so Müllschmuck von irgendwo, der so billig angefertigt war. Klar denkt sich da erstmal eine Company das aus. Die sind die, die wirklich den Dreck am Stecken haben. Und die gehen dann zu Influencern, weil die sich denken, hä, da gibt es easy viel Reichweite zu holen. Wir geben denen einfach übelst viel Geld, weil die Gewinnmarge ist riesig bei uns, weil wir ja alle Leute abziehen. Dann blasen die einfach den Influencern Geld in den Arsch und die Influencern kriegen dieses Angebot und denken sich, hä, ist ja mega. Ich sag einfach nur, diese Kerze ist nice und man kann da was Geiles gewinnen. Ist ja auch cool für die Fans, weil die können dann ja eine 100 Euro Kette gewinnen. Ist ja voll geil. Und dann macht... Es ist halt wirklich Real Talk schlau. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit diesen... Also die meisten haben das eh mitbekommen. Ich wurde ja das letzte Mal im Stream, haben wir ja miteinander geredet, haben das auch viele gesagt und vorgeschlagen mit diesen Valorant, Valorant oder so. Dieses Spiel, was da jetzt übel gehypt ist, gerade auch über Twitch. Also was es da für Leute gibt, ich glaube Summit, Summit, G-Wonder, ich weiß nicht wie der heißt, hat er heute 230.000 Zuschauer, Live-Zuschauer wegen diesen Valorant, weil die halt diese Stream-Key-Drops raushauen. 230.000 Live-Zuschauer, Alter, das ist so eine ganz andere Liga. Und auch ein Trillux, ne, der sonst 1.000 bis 2.000, 3.000 Aufrufe oder Zuschauer hat, hat einfach momentan so mindestens 20.000 Zuschauer und teilweise über 30.000. Wo ich sage, absolut krank. Genauso auch ein Papa Platte. Heftig. Also ohne Scheiß, das ist wirklich heftig. Kulemi, ich finde das so am Start, Mist, Bruder. Freut mich sehr, dich hier zu sehen. Also krass, muss man einfach so sagen. Und die machen halt auch vieles richtig mit der Reichweite. Auch, dass diese Keys dort vergeben werden, dass diese Kooperation mit Twitch dort zustande gekommen ist. Ist geil. Ich glaube, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und dadurch entsteht halt ein riesiger Hype. Richtig ein riesiger Hype. Verwerbung dafür. Van Rich dadurch. Und ich will gar nicht wissen, ich will gar nicht wissen, wie viel die Streamer an Geld dort bekommen haben, um das dazu zu bewerben. Also da gibt es bestimmt einiges an Geld. Weil es sind nicht so viele Streamer, aber es sind halt die ganz großen Streamer, sage ich mal. Komisch, dass man sich in diesen Situationen dann nicht einfach mal fragt, kann ich das mit gutem Gewissen jemandem empfehlen? Auf jeden Fall ist gerade nachgehalten wegen des Videos von Lu. Da geht es aber noch um mehr. Das Thema ist noch mal ein bisschen größer aufgefasst. Aber wie schon gesagt, aus dem Video geht auch ganz gut, sehr detailreich hervor, warum ich nur so wenig Placements gemacht habe bisher. Die einzigen Placements, die ich ja bisher gemacht habe, waren halt Gaming Placements, wo die gesagt haben, hey, spiel dieses Spiel in einem Livestream oder einem Video. Das habe ich dann gemacht. Aber es ist halt auch krass, also als jemand, der selber in der YouTube-Szene unterwegs ist, weiß ich natürlich auch, was manche Riesen-Companies für so Auflagen machen und so. Cola hat zum Beispiel, ich weiß das nicht von Rezo und Ju, um die mal aus dem Trichter zu nehmen, die machen ja irgendwas mit Fanta. Aber ich weiß auf jeden Fall aus internen Quellen, dass in den Cola-Verträgen, wenn Cola ein Placement macht, erstmal kontrollieren die alles, die schreiben quasi das Skript vor und so weiter und so fort. Aber die schreiben da so viele Sachen rein, die man nicht sagen darf und was man sagen muss und so. Es ist richtig krass. Man darf nicht sagen, dass Cola süß ist zum Beispiel, weil man dann ja denken könnte, dass da Zucker drin ist und Zucker ist ja nicht gesund. Ungesund und so Sachen da. Hast du einen Cola, hast Zucker drin? Also bei mir steht, Fett 0%, Kohlenhydrate 0%, davon Zucker 0%, Eiweiß 0%, Salz 0%, Vitamin C 100%. Das Ding ist, das Ding ist hier eine, das ist Frucht. Hier trinkst du Frucht. Das ist noch guter Saft. Das ist eigentlich das Nektar. Das ist dann immer das Nektar gewesen von der Cola, von der Coca-Cola wird praktisch das gesunde Zeug alles gefiltert und dann wird noch ein bisschen Zitrone reingehauen und dann entsteht Vita-Cola. Leute, kann ich euch nur empfehlen. Das ist wirklich nur ein geiles Produkt. Wie gesagt, ich werde dafür auch nicht bezahlt. Die schicken mir zwar oder die haben mir zwar schon zweimal was geschickt. Einmal die Vita-Energy-Dosen, was halt ganz geil war und dann halt hier noch, was habe ich noch so bekommen? Grill habe ich bekommen, den ganzen anderen Schnickschnack. Und ja, aber Leute, das ist das ist das ganze Gesunde. Alter, was du erzählst. Hä, Empty? Ich verstehe gerade gar nicht, was du damit jetzt meinst. Das ist wirklich gut. Bruder, ich glaube, ich habe Beef mit Orange im Orange. Der reagiert immer auf sowas. Weil sobald du ein Video machst zu Orange im Orange, ist der Toxic bis zum Gehtnichtmehr. Also normalerweise müsste ich erst mal ein Video dazu machen, weißt du, dann, da kriegt innerlich, kriegt der einfach übelste Hasskicks. Da kommst du nicht drauf klar, deswegen, das ist eine geile Sache. Mach es weiter, mit Orange im Orange sich zu biefen, da gewinnst du eigentlich immer. Außer, dass seine Zuschauer teilweise sehr kindig sind. Darf man nicht sagen, was schon irgendwie Sinn ergibt, wenn du etwas... Ja, Kolemi, du musst... Bits ist auf dem PC deutlich sinnvoller. Auf dem Handy ist das wirklich übel teuer, auch diese verschenkten Satz. Bewerben sollst, aber es ist trotzdem verrückt. Ciao. Okay, coole Sache. Sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Ne, also ich stehe auf jeden Fall auch dazu, was er sagt. Kann man sich definitiv auch geben. Wir haben übrigens... Ich habe mir jetzt mal gedacht, weißt du was? Wir müssen auch irgendwann mal ein paar Rätsel machen. Ich weiß nicht, ob wir das demnächst machen wollen oder ob wir das bald machen wollen oder jetzt machen wollen. Rätsel, die wir lösen müssen im Stream. Ob ich geistig in der Lage bin, Rätsel zu lösen. Ich persönlich weiß ganz genau, dass ich es nicht schaffen würde, aber das können wir dann auf jeden Fall irgendwann mal machen. Jurena ist ein Dolly. Wenn es kein gutes Video ist, dann... Und da müssen wir schon gehen, deswegen muss ich jetzt noch schnell dieses Video... Aber egal, als ich für ein Video von Sarah angucke, ich kacke mir jedes Mal ein. Schade, dass Banali nicht mehr dabei ist. Schade, dass Banali nicht mehr dabei ist. Also ich muss sagen, die beiden, die habe ich auf der Gamescom getroffen. Beziehungsweise, ich stand da, die kamen, mit der Kamera auf mich gerichtet, wo ich mir so denke, wo ich mich jetzt komplett verarschen, warum mit der Kamera direkt auf mich gerichtet. Aber ich meine, das habe ich ja letztendlich auch bei einigen gemacht. Bei einigen YouTubern. Und... Tobias, hör auf, so böse hier zu sein. Hör auf, jetzt hier jemanden zu mobben. Da wäre ich fuchsig. Bei solchen Sachen wäre ich fuchsig. Leute, wir gucken uns jetzt das Ding an. Wenn das hier kein krasses Video wird, dann rass ich richtig aus. Aber wer nutzt heutzutage noch ein 3D-Intro? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich verstehe viel Spaß und ich mag das auch alles. Aber ein 3D-Intro. Das ist ja sowas von 2009, 2010, wo das noch cool war. Alter, schwierig. Wer ist Jorena? Na, eine Freundin irgendwie. frage ich mich nicht so, die Freundin von Firegarden oder so. Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Firegarden Jorena und Sarah halt blockiert. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil Sarah ja jetzt vergeben ist. Ja, Well Girls. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Entweder-Oder-Video mit Jorena. Entweder Firegarden oder Firegarden. Also das Problem ist halt einfach, wenn du entweder Firegarden oder einen anderen YouTuber nimmst, das ist halt meistens der andere YouTuber. Nein, ich dis hier niemanden. Ich lass es jetzt einfach. ich lass es jetzt einfach. Sind die schon älter als 12? Einti, hör jetzt auf. Hör jetzt auf, Leute zu mobben. Die sind 8, nicht 8, 18 oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Jorena, wie alt die ist, kenn ich mich jetzt nicht so gut aus. Domolos ist am Start. Ich grüße dich. Domolos ist, also, Domolos, was mit dir übrigens diesen Monat abgeht, ich hab mir das nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Ich musste das in letzter Zeit und auch gestern nochmal Revue passieren lassen, was generell passiert ist. Ich sehe in dir kein Mensch mehr. Also, ich sehe mittlerweile in dir kein Mensch mehr. Was du hier machst, ist ganz, ganz krank, sag ich mal. Jorena ist 80 geworden. Ah, hier kennst du jemanden ganz genau aus. Aha, Schnachsel. Schnachsel, der ist insgeheim auch ein Geliebter von Jorena, Leute. Wir wissen es jetzt. Loredana, also, ich muss ganz ehrlich sagen, einige finden ja Loredana nice. Aber Loredana, also, wie zum Beispiel Ainti, findet die ja wahrscheinlich auch noch ganz nice mit diesen Jetzt rufst du an. Das war ein Lied, das habe ich auch hier gesagt. Das war ein Lied, ist in Ordnung. Aber, ich kann mir die nicht geben, ne? Diese, diese, diese Fresse. Es geht nicht. Das ist mir ein bisschen zu asozial. Weißt du, ich finde Frauen, zum Beispiel eine Juju, oder, ja, Juju spricht man ja aus, Juju kann man sich gut geben. Finde ich, ist eine Rapperin, die kann ich mir halt geben, aber der Rest ist halt trotz. So, Schwester Eva, da denke ich mir so, da kann ich, da kann ich mich direkt einweisen lassen, wenn ich mir das anhöre. Oh, ne Juju geht fit. Das muss ich sagen, das, die sieht jetzt auch nicht komplett scheiße aus. Du hast doch keine Kopfhörer auf.